Leute, hier bin ich wieder am Start. Bang! Weiter geht's. Ich höre sie natürlich. Das ist halt der Nachteil. Aber wenn ich mir ein Mikrofon hole, dann wird's anders. Weil dann hört ihr auch das Spiel jetzt. Ah! 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 Du kleine Oma! Das ist halt der Nachteil. Da, wo du nicht bist, du klein ich... Halt! Du kleine Miene! Da kriegt man schon Edras Herzrasen. Da kriegt man schon... Alter, auf einmal siehst du den Basie, Alter. Wie spät ist es? Oh, die schlafen doch nicht mehr. Ich bin beruhigt! Komm, putzen. Kuss vor mir, Bruder. Lecker! Nein, also ich hole mir vielleicht noch dieses 2er-Ding, weißt du denn... Oh! Blah, ja. Wichtig als wichtig. Unten ist es gut. Und oben an der Tür, sonst brauchst du keinen... Und am Dachboden. Das heißt, wenn ich unten die 2 Sachen erledigt habe... Ich bin ein Renn... Okay. Da ist Mama. Ich bin. Hey Granny. I love you. Du hast dich weggeguckt. Ich habe ein bisschen Panik oder Jolo. Jetzt habe ich anders genügend Zeit. Das ist andererseits wieder nice. Leute, ich zeige das hier auf easy, easy durch, Alter. Oh, wow, jetzt muss ich aber weinen. Kann ich den Hammer direkt mitnehmen, den haben wir doch schon mal auf dem Dachboden erledigt. Lass sie hier liegen, rennen jetzt wieder runter. Oh mein Gott, das ist wieder herz. LOL. Oh nein. Das ist die Sponsor neben mir. Oh mein Gott. Nein! Achso, das war sie nicht. Oh mein Gott, dammit. Guck mal hier meine Skills. Ehhh. Bam. Bäm. Bam. 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 Bäm. 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 Ah! Aua! Ich will das doch nur durchspielen. Oh, Tag 2. Lappen. Was? Aber jetzt bauen sie wieder. Oh nee, das ist not gut. Ebay.de Ja, das ist ja nicht ne Scheiße. Ich dachte, es wird mein Video beendet, wie so ne Scheiße. Ich glaube, es hat Allah. Ja, jetzt hab ich. Ja! Ich hab wieder Thun. Jawohl! Ich mach das jetzt auf 1. Wenn sie nach da geht, ich renne direkt runter, Alter. Ich liebe es ohne Schie, ohne Schie, mir. Nii, 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 Nii. Tschüss. Tschüss. Was ist denn da los? Ah, dahin ist Sven, hier ist mein Freund, Leute. Nein. Ja. Ah. Er kommt jetzt hoch. Oh ja, Junge. Ach ja, ich hab so Angst, Bruder. Warum? Weil diese Arsch, Alter, ich hab schon... Ah! Mann! Junge, sie ist so dumm. War das der letzte Tag? Nein, das ist der dritte, Alter. Ganz gechillt hier, Alter. Äh, kein Plankment. Oh! Lo 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 lo. Äh. Lo 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 lo. Okay, reicht. Tschüss. Das ist kein Placement oder so. Produktplacement. Da musst du sagen. Was ist das denn? Ja, kein, du kriegst nichts davon. Nichts von Musical.ly oder so. – Ne, ich hab auch kein Musical.ly. Ach so, die denken Ah, belastend Oh, was ist das denn? Schön Ah Digga, mach aus Mach aus Ach du Essige Stopp Stopp Kommt sie hier rein? Ist sie bindet? Ja Ich glaube schon Oh ja, gerender Wenn sie da jetzt reingeht Meine Chance runter zu rennen Und Playas zu holen Mach auch mal YouTube bitte Oh, nee Ach, ich Ich hatte sie nicht Oh, 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 oh Das ist gut, weil dann kann ich jetzt runter, weißt Die alle Du musst dann gleich nach hinten, ne? Leise, 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 leise Ich weiß, alles hier Ich hab das schon zweimal geschafft Ich kenn hier alles, Alter Und ich will das jetzt hier mal auf YouTube Ah, du kleine Misselt Ah Ja Ja Wo liegt Playas? Ja Ja Komm her, Gabriel Stress Oh ja Oh Falle 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 Ja Einfach hin, dahin, 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 dahin Oh Oh, oh lol Oh lol Du hast so richtig Angst Du denkst, sie ist so hinter dir, ne? Und drehst sie um Sie ist einfach weg Ich war hier so laut, Digga Ich dachte, sie wäre die ganze Zeit In ein Badezimmer, ne? Dabei war sie die ganze Zeit unten Und hat da Türen geöffnet, Digga Ich dachte, sie war neben mir Ich bin so ausgerastet, Digga Oh mal schön Krieg ich hier mal Besuch bei meinen Videos Ey, das kann ja nicht schöner werden So wusste die Oma jetzt Die Oma Alter, ich muss sie wieder alle schnallen Mein Freund ist echt bekloppt, ey Oh mein Gott Renn, renn, renn Ich bin wieder so aufregend Oh, sie kommt Yes Yes Übrigens Schnell, lass mal eben lasse Nein Du, Dominos Du, Dominos Das ist meine Oma Klopf zurück Klopf einfach hin Ich bin hier eben runtergefallen Ja Oh, das Rad, Digga Hey, fuck mein Leib Das Rad kann aber wichtig sein, Digga So, jetzt habe ich Playa's komplett erledigt An der Tür unten Und hier oben Den Hammer brauche ich auch nicht mehr Doch, auch Auch, den brauche ich auch noch Dann kann ich den gleich runterwerfen So wie das Kommt jetzt hier hoch Oh ja Yo, mein, was geht, Granny What the fuck, man Du bist so dumm, ne Du spielst mit deinem Leben No, Alter Du, Dominos Mann Mann, das ist AIDS Oh, die regt mich auf, ne Nee Ja, Digga, doch, Alter Ich muss das jetzt schaffen Das kann auch nicht sein, Alter Lädst du das hoch? Natürlich Ja, nice, bin ich im Video, ne Ja, ist mir egal, Alter Like und Abo dalassen Ja, natürlich Oh, nee Ich habe einen, der ist echt fremd, Alter Oh, doch, ey Ein Abonnent Hier ist nie was Ich bin Nein Ey, du Fremde Hä Wie geht's dir? Du bist nicht behindert Äh, sag mal deinen Freunden Bescheid Dass die alle abonnieren sollen Ja, das ist geil Wenn wir die 10 Abos schaffen Machen wir einen 10 Abos Abos Ich weiß, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich 10 Abos Ja, aber 10 Abos ist die erste zweistellige Zeit Deswegen muss das gefeiert werden Wo ist denn jetzt der scheiß Hammer? Wo ist denn jetzt der scheiß Hammer? Der liegt doch da unten Den hattest du in der Hand Der liegt da unten? Ja Und jetzt bin ich echt schon Oh mein Gott, dieser Arsch Wenn ich jetzt runterfall Ich habe nur einen Tag Ganz ruhig, Bruder Ich hasse dich Ey, bitte komm Mach nicht diesen Move jetzt Du kleines Arsch Ey, der liegt doch auf Ich habe ihn so erschreckt Nein, das Problem war Ich war ja nur so, Digga Aber ich bin weitergegangen Das heißt, ich bin nur So, okay, geil, geil Wo liegt der? Da geht Oma Nooo Renn Renn Oh mein Gott Was hast du denn für Störung? Ey, ich bin so weit Ja, verpiss dich Keiner braucht dich Oh mein Gott Du brauchst noch den Master Key, oder? Ist jetzt hier? Ich brauche noch diesen blauen Schlüssel Du musst da hinten runterschießen Genau, den muss ich noch runterschießen Du brauchst den Weapon Key Das heißt, ich muss jetzt noch Die Melone finden Das heißt, ich kann jetzt runter Weil sie war oben Guck hier rein Yes Bitches Ey, muss ich alles rausschneiden Mach ich aber nicht Oh mein Gott Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja Ich habe jetzt die zwei Dinger Das heißt, wenn jetzt hier der grüne Schlüssel drin ist Wird das sehr nice Das werde ich loben Proben, loben, schoben Keiner braucht dich Du, Missit Ist halt echt so Keiner braucht ihn, ne? Ich habe noch nicht im Auto geguckt Das ist noch wichtig Ja Das ist wichtig Vorne im Motor Und ich habe noch nicht den Karschlüssel, Digga Ich hatte so Angst gerade Wenn der letzte Tag auf einmal kommt Dieses Arsch, Alter Alter, ich habe schwarz gesehen, Alter Ich habe richtig schwarz von meinen Augen gesehen, oder? Sie ist jetzt draußen Wollte sie die Tür zweimal an Das heißt, sie ist draußen, wenn sie jetzt hier unten steht Und ich würde halt einfach mal eine Ehre bekommen Ja, moin Belastend Aber da in dem Handschuhfach Oh, nee, du Ist mir nicht egal Ist mir nicht egal Ich will nicht sterben Kommt sie? Ich weiß es nicht Ich weiß es noch nicht Ich habe jetzt keinen Bock, das zu riskieren No, it's no fun, motherfucker Hörst du sie? Es gibt einen Bug Ich habe Angst, dass sie jetzt um die Ecke kommt Oh mein Gott Oh mein Gott, ich habe sie gehört Ich habe sie gehört Bitte, sie haben mich jetzt nicht gesehen Bitte, 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 bitte Oh mein Gott Leute, da habe ich noch nicht reingeguckt Da kann dann alles sein Bitte, lass dich am Leben Oh mein Gott Oh mein Gott Du hast so Angst So Angst, Digga Guck mal, jetzt kommt sie jetzt Was bist du denn für eine Lärme, Muschi? Ich drehe durch Ich drehe durch Siehst du mich jetzt noch? Danke So Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Nein, sie hat mich nicht gesehen Wenn sie mich jetzt gesehen hat, unfair Unfair Sie sieht dich nicht so schnell Unten habe ich noch nicht geguckt Das heißt, wenn sie jetzt da hingeht Na, guck, sie geht hier rein Alter, das ist dann immer so 180 Puls Ey, das ist belastend Wenn noch dein Freund dabei ist Dann hast du noch mehr, weißt du? Wo ist sie denn jetzt hin? Lol Hat sie keine Hobbys? Ah, da ist sie langgegangen Ja, da will ich nicht, dass sie da langgeht So soll es da lang Dass ich nach unten kann Du kannst hinten rumgehen Die zwei Schubladen habe ich noch nicht geöffnet Da unten, da wollte ich ja Oh, wie sie jetzt Das hat mich noch nicht gesehen Das ist meine Chance Sie geht da rein Sei leise Nein, sie geht doch nicht da rein Nein Sie geht hoch, oder? Ja, meine Chance Leute, meine... Oh nein Du kleine Fotze Du fällst sich Oh mein Gott Bitte, sie kommt nicht hier rein Sie kommt aber gleich runter Das heißt... Ich muss sie schon sehen Hä? Sie ist da Oh mein Gott Hä, was habe ich denn jetzt zu übersehen? Du musst in dieses Zahnrad... Was ist da im Schrank? Das ist dieses Zahnrad, aber ich habe noch nicht den grünen Stöße gefahren In diesem Playhouse... In diesem Playhouse... Zalazze, zalazze jetzt Ich muss mich jetzt aber anders konzentrieren Sie liegt in der Falle Aufmachen, aufmachen, aufmachen Aufmachen! Okay, jetzt... Warte Hier Puzzleteil braucht keiner Hier das Das war der... Oh! Ich habe mich gerade so... Mann! Oh! Es hat der grüne Schüsse gefehlt Der Master Key hat sich Dass ich den blauen bekomme Ätzend, ätzend Hey, ich habe alles durchsucht Ich habe alles durchsucht Like und Abo dalassen, bitte Ich will das Ich habe alles versucht Ich habe überall geguckt Ich habe in den Schränken geguckt In der Küche sogar jetzt noch als Notfall Nein, ich weiß, wo ich nicht geguckt habe Und wenn ihr mehr Videos mit mir wollt, sagt Bescheid Ich weiß, wo ich nicht geguckt habe Weg mit der Werbung Ich glaube, ich habe nicht oben in mein Zimmer geguckt Also nicht in mein Zimmer, wo man immer spawnt Sondern in die anderen zwei Äh... Okay, Leute Aber trotzdem Ich würde für heute erstmal dieses Video stehen lassen Wenn es euch gefallen hat Lasst ein Abo und ein Like da natürlich Das habe ich auch schon gesagt Das ist mir egal, Alter Okay, dann tschüss Nein Und dann würde ich sagen Ich nehme gleich noch eine Folge Dino Hunter auf Und ja, für heute war es das Tschau Wir sehen uns Und dann geht es mir noch ein Abo Und dann geht es mir gerade Und dann geht es mir noch ein Abo